Freunde, ich hab da was für euch. Ein wichtiger Bestandteil des LG G5 sind die modularen Teile, die über die Unterseite hinzugefügt bzw. ausgetauscht werden können und bestimmte Funktionen des G5 erweitern oder verbessern sollen. LG nennt sie LG Friends und die Module Cam Plus und HiFi Plus schauen wir uns jetzt mal ein wenig genauer an. Damit legen wir auch direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Über einen Knopf an der linken Seite löst man den Haltemechanismus und der Magic Slot springt ungefähr einen Millimeter heraus. Jetzt greift man ihn und zieht ihn komplett und inklusive Akku heraus. Ich empfehle euch also das G5 vor dem Modulwechsel immer erst auszuschalten. Das Cam Plus Modul erweitert das G5 um zusätzliche Tasten, über die ihr sofort ein Video oder ein Foto auslösen könnt, ein Scroll Wheel um rein und raus zu zoomen und einen Schalter um die Kamera überall direkt starten zu können. Natürlich könnt ihr auch die Tasten im Display benutzen, das bleibt vollkommen euch überlassen. Selbstverständlich bleiben auch die wichtigsten Anschlüsse unten erhalten, also das Hauptmikrofon, der USB Type-C Stecker und auch der Lautsprecher sitzen wie gewohnt unten. Die Druckpunkte der Tasten sind sehr angenehm und auch das Scrollrad lässt sich problemlos drehen, hier gibt es nichts zu meckern. Neben diesen Tasten liefert das Modul aber auch einen 1200 mAh starken Zusatzakku, addiert man die 2800 mAh, die sowieso schon im G5 stecken, dazu, landen wir also bei satten 4000 mAh. Der Akku wird einfach aus dem ich nenne es jetzt mal Standard-Unterteil herausgenommen und in das Cam Plus Modul gesteckt und darauf steckt man dann den Rest des G5-Körpers, drückt es ineinander und zack, sind wir auch schon fertig und können loslegen. Das zweite Modul nennt sich HiFi Plus und kann nicht nur im G5 arbeiten, sondern auch als Einzelgerät genutzt werden. Dazu setzt ihr einfach die Ober- und die Unterseite zusammen, für das G5 braucht ihr aber natürlich nur den unteren Teil. HiFi Plus verfügt über einen 32-Bit DAC, also einen Digital Audio Converter und einen Amplifier, also einen Verstärker. Das G5 wird 24-Bit 192 kHz High-Resolution-Tracks abspielen können, was den Audiophilen unter uns eine Menge Spaß bereiten dürfte und auch ich freue mich sehr auf die Tests und hoffe, dass ich das alles möglichst bald zu Hause ausprobieren kann. Man verspricht uns da auf jeden Fall eine Menge und sehr, sehr tollen Sound. Preise kann ich euch zu beiden Modulen leider noch nicht nennen, da wurde bisher einfach noch nichts genannt. Und damit wären wir dann auch schon durch, das war mein Hands-On und der erste Eindruck mit den beiden Modulen für das LG G5 und solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann ab damit in die Kommentare. Eine Frage habe ich da aber an euch, gibt es irgendein Modul, das ihr euch wünscht? Gibt es eine Funktion oder irgendwas, um das ihr euer Smartphone gerne erweitern würdet? Haut es doch mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, was ihr euch da so überlegt. Das war es dann jetzt aber wirklich. Vielen Dank für eure Zeit, macht's gut, ciao. Yeah. Ja. Ja.